Was machst du in die Spielrichte, hm? Wer hat gesagt, du darfst etwas rausholen? E.T.? Hä? Hä? Dein Schachtelturm, was auch immer du gefunden hast. Der hat noch einen Scheiss im Kopf. Ja. Ich habe aufs Nächstes geholt, ja. Ja, ja, ja. Hä? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Über das Futterkrieg mal ich doch zum Spielen. Ja, ja. Rupf rum. Hä? Hat es noch etwas? Du denkst an den Kaktus? Ist ja Wurst, hä? Ja. Kaktus sind Wurst. Ja. Da hat es noch ein bisschen. Ja, erlebt's. Hm?